Heute geht es um digitale Demenz. Und ich glaube, unsere Themen waren, was ist digitale Demenz, haben wir die Erinnerung eines Goldfisches und Time Well Spent. Was denken wir über diese Philosophie? Hallo und herzlich willkommen zur 29.Stand-Folge der Online-Geister. Online-Geister, Hausmeistereien. Heute aus dem kuschelig-warmen Studio 2. Ich habe hier keine Jingle-Maschine, deswegen muss ich manuell mit der Maus wie so ein Steinzeitmensch auf die einzelnen Tracks klicken. Warmes Baby. Ja, letztes Mal ging es um WordPress. Alle Infos dazu könnt ihr immer noch nachlesen, nachhören, angucken. www.onlinegeister.com-folge028. Ich denke, wir haben da einen ganz guten Überblick gegeben. Aber wir müssen auf jeden Fall noch mal zu diesem Thema zurück. Also für den ersten Einstieg war vielleicht okay, aber es gibt noch viel mehr zu sagen. Da würde ich sagen, machen wir doch lieber erstmal weit, bevor wir uns zu irgendwelchen Themen zurückbegeben, Hausmeistereien. Was ist so passiert? Zum einen, wir möchten kurz auf eine, ich sag mal, neue Art von Museen hinweisen. Durch Social Media wird ja viel in der Gesellschaft beeinflusst. Und das gibt es jetzt nicht nur als Pop-Up-Store in Kneichbundenfarm, sondern eben es gibt auch Pop-Up-Museen. Und unter anderem auch das Super Candy House in Köln, das halt beispielhaft dafür dienen soll. Und ganz ehrlich, für mich ist das eher so eine Hintergrundkulisse für irgendwelche Instagram-Stars, dass die sich ablichten lassen können. Ich glaube, das ist in der Tat eine Hintergrundkulisse für Leute, die Fotos machen wollen. Ja, also nur mal kurz Zitat von der Super Candy Crew. Unser rosa Strand mit Bademeister, Turm und Strandutensilien. Wettervorhersage, immer perfektes Beauty-Licht. Sagt, glaube ich, alles. Lass uns weiter. Ja, supercandy.house, also englisches Haus. Genau, beziehungsweise YouTube-Quelle verpacken wir euch auch noch mal mit rein. Das soll halt so als Kunstinstallation ein bisschen interaktiv sein. Meinungen, wir halten uns mal zurück, aber schauen wir mal, was sich da vielleicht denn tut. Ansonsten gibt es dann auf jeden Fall schon mal von. Kontroverse Meinung gibt es bestimmt auch zu neuen Funktionen von Amazons Alexa. Über die haben wir auch vor einer Weile mal gesprochen. Die hört jetzt zu, wie ihr hustet, euch räuspert. Irgendwelche Auffälligkeiten der Stimme, vermutlich auch, wenn ihr mal das Taschentuch schnäuzt. Denn die ist ja immer an und hört auch immer zu, falls ihr irgendwann mal Alexa sagt. Alexa schnüffelt jetzt also, wenn ich rotze. Genau, das war nämlich ein Patentantrag von Amazon Anfang 2017 gewesen, dass eben der Sprachassistent Alexa zuhört und auswerten kann, wenn die menschliche Stimme halt übliche Rollen oder entsprechende Änderungen in der Stimme, im Stimmklang, im Stimmenalltag aufzeigen. Und dann könnten halt entsprechende Diskussionen entstehen. Das ist für eine Schaubild verteilte Rollen lesen. Ja, können wir gerne machen. Alexa, I'm hungry. Would you like a recipe for chicken soup? No, thanks. Okay, I can find you something else. By the way, would you like to order cough drops with one hour delivery? That would be awesome. Thanks for asking. No problem. I'll email you an order confirmation. Feel better. Das ist die Zukunft. Also die Kundin in dem Bild hat gar nicht gesagt, dass sie krank ist, sondern einfach nur bei der ersten Anfang der Alexa gehustet und ein bisschen geschnüffelt. Also Körpergeräusche von sich gegeben. Und dann Alexa sofort erkannt, ach, die ist krank, die braucht Hühnchensuppe, das hilft bei Erkältung oder Husband. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann Alexa merkt, dass ich schwanger bin, denn da gibt es auch schon einige Kontroversen, dass angeblich Google oder andere Systeme vor der eigentlichen Person teilweise wissen, ob die schwanger sind oder nicht. Da gab es wirklich schon, ich weiß nicht, ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht als Quelle, aber ganz ehrlich, wenn sowas kommt, anderes könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, am Ende Statistik ist Statistik, Nutzerverhalten ändert sich, die Art und Weise, wie ich dann zum Beispiel spreche, falls das irgendwie eine Auswirkung hat. Ich finde, es gibt so Sachen, die muss Alexa nicht zwingend wissen. Ja, das stimmt. Was andere Leute auch nicht unbedingt wissen müssen, ist neben dem Datenschutzthema, denn Alexa, die Information und Datenschutz sind so eine Sache, aber es gab halt ein neues Datenleck bei Facebook und mit unserer gewohnten Hintergrundmusik. Möchten wir euch da jetzt kurz drüber informieren, denn bei einem Hack, in dem Fall war wirklich Facebook selbst schuld, wurden rund 14 Millionen Nutzerdaten, teilweise auch sensible Angaben wie Geschlecht, Wohnort, Beziehungsstatus, Religion, verwendete Endgeräte, um auf Facebook zuzugreifen, Standorte, Suchanfragen und so weiter abgegriffen. Passenderweise kommt übrigens auch zeitgleich zu dieser Information der Sprachassistent von Facebook auf den Markt. Dass da so viel mit drin war, habe ich noch gar nicht gehört. Also ich habe davon erfahren, als davon geredet wurde, dass wenn man sich bei Facebook so automatisch einloggen als Option hat, dass die, die das gegrabt haben, sich mit dieser Option automatisch bei dir einloggen können. Genau, Facebook wollte da auch ursprünglich mit den Tokens, die sind das gewesen, diese einfach nur deaktivieren, dass du dich einfach bei Facebook nochmal neu anmelden musst, hat aber nicht so wirklich funktioniert. Und ganz ehrlich, die Zahlen unterscheiden sich da jetzt auch gerade sehr, sehr stark. Wir haben 14 Millionen, 15 Millionen, teilweise 30 Millionen. Am besten checkt ihr nochmal alles durch, wie ausgewohnt, also wenn irgendwas kommt, nochmal Passwort nochmal erneuern. Wir packen euch auch da die Informationen direkt in die Show Notes mit rein, onlinengaster.com Schrägstrich Folge 029. Und eine andere Meldung, Apple hat sich jetzt mit Snap, also dem Unternehmen hinter Snap, Snapchat und Pinterest verbündet, um ein gemeinsames Werbenetzwerk aufzubauen. Die Meldung ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich finde es halt sehr, sehr interessant. Diese strategische Partnerschaft ist entstanden, weil, meine Mutmaßung, übermacht von Google und Facebook, das sind ja quasi die Werbekings im Social Media Internet Bereich. Apple hat das schon mal versucht, mit Apple Werbung zu machen, also halt über Apple Produkte Werbung zu machen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Dann haben sich jetzt Snapchat und Pinterest gekrallt, um halt mit denen in Kollaboration was zu erstellen. Finde ich durchaus interessant, dass inzwischen sogar schon teils, ja wirklich mächtige Konzerne sich Hilfe suchen müssen, um halt gegen sowas anzukommen. Und ja, aber innerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel Google, Facebook, nee, ist kein Monopol. Ich bin auch trotzdem von allen Beteiligten kein großer Fan. Ja, dazu passend aber übrigens, Snapchat hat in diesem Quartal auch angegeben, man hat 36 Prozent weniger Werbeerlöse als eigentlich angenommen. Also Snapchat macht wesentlich weniger Gewinn mit Werbung, als die ursprünglich mal gesagt haben. Ja. Insofern hat Snap vielleicht auch, um das durchaus nötig, da eine Kollaboration einzugehen. Wer es nötig hat, nochmal genauer sich seine Technik anzugucken, ist Amazon, denn die haben vor kurzem angefangen, über, ja mit einer KI unterstützt, Leute, Bewerbungen zu sichten, also KI-gestütztes Recruiting nennt man das. Und das war etwas sexistisch. Da die Daten, mit denen das DKI gefüttert wurde, auch schon, ja, auf jahrelang eher einen Unterschwelligismus basieren, dass mehr Männer sich bei Amazon bewerben, mehr Männer angenommen wurden, hat DKI dann halt gedacht, okay, gut, wer ein Mann ist, ist bevorzugt, also bevorzuge ich, auch im Endeffekt erfahren Männer. Dann hat man jetzt nachgebessert, dass das eher so neutral angesehen wird, wenn da irgendwelche Sachen sind, wenn jemand im Frauenschachclub ist oder so, aber hat sich dann doch dazu entschieden, das nicht anzuwenden und doch wieder per Hand die Bewerbung zu sichten. Und es ist auch keine Bewerbung passiert, aufgrund dieser Auswahl der KI. Also man hat das rechtzeitig bemerkt. Für mich ist das Ganze ehrlich gesagt Tay 2.0, falls du die noch kennst. Das war so ein Twitter-Bot gewesen von Microsoft, der innerhalb eines Tages von einem ursprünglich programmierten, jungen, interessierten Mädchen zu einem naziliebenden, judenhassenden Arschloch kontiert ist. Ja, aber die wurde ja von den Leuten, die da mitreden konnten, speziell in die Richtung getrieben. Ja, sie wurde dahin getrieben, aber worauf basiert das Amazon-KI? Auch auf Informationen von Menschen. So maybe people are garbage. Das ist einfach die Vergangenheit gewesen. Es ist einfach, wenn wenig Frauen an Amazon arbeiten, denkt halt die KI, wir hier bearbeiten wenige Frauen wollen, vielleicht keine Frauen haben. Was uns übrigens aber auch zum Müll machen kann, ist, wenn wir halt die ganze Zeit nur Müll konsumieren. Da hat Facebook ja jetzt auch das Problem, es gibt da übrigens eine super Dokumentation, The Cleaners, lief auch eine Weile bei Arte, ist jetzt aber halt leider aus der Mediathek geflogen, weil rechtliche Situation ist ja auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und da hat eine Ex-Mitarbeiterin, die halt bei diesen sogenannten Cleaners unterwegs war, also die halt einfach Inhalte bei Facebook sichten auf radikale Inhalte, also Enthäuptungen, Köpfungen, Hate Speech, all sowas. Also Sachen, die ja nicht gerade einfach sind und halt eben auch angeprangert werden. Also wo Leute dann einfach bei Facebook sagen, das mahne ich an, bitte schaut euch das mal genauer an. Das sind dann Leute, die sich den Kram dann anschauen müssen. Und diese Dame hat dann eine posttraumatische Belastungsstörung oder PTSD entwickelt. Kennen manche vielleicht als Krankheit von Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen. Und die Dame ist jetzt die allererste, die auch deswegen Facebook verklagt hat, weil sie eben diese Störung bekommen hat aufgrund ihrer Arbeit bei Facebook. Da vielleicht ein Hinweis von unserer Seite. In Online-Geister Folge Nummer 12 haben wir uns mit Emotionen im Internet auseinandergesetzt, wo das unter anderem auch Thema ist. Kann man da nochmal reinhören. Also man könnte fast sagen, ja, es ist übertrieben, wenn man jetzt sagen würde, Facebook ist fast so schlimm wie der Krieg. Nein. Aber eine gute Nachricht haben wir zum Abschluss auf jeden Fall noch. Ja, Online-Geister sind jetzt bei Spotify. Spotify ist ein weiterer Riesenkonzern, den wir weiter unterstützen wollen. Die Schwäden. Die Schwäden? Ja, die kommen aus Schweden. Oh, die kommen aus Schweden. Spotify ist schwedisch. Die weiterhin Hünsler daran hindern, genügend Geld einzunehmen, weil das Zeug, was auf Spotify ist, bringt uns nichts. Aber wir sind jetzt auf Spotify. Wenn ihr da reinhören wollt, wenn ihr eure Podcasts über Spotify hört, dann könnt ihr uns auch da finden. Wartet ja erstmal nicht. Und wie das geht, erkläre ich in einem Quickie. Das ist dann auch direkt verlinkt. Wir sind bei Spotify und wie ihr das machen könnt, das erkläre ich halt in einem Quickie. Und wir haben noch in der Zwischenzeit einen anderen Quickie aufgenommen. Du hast bestimmt gehört, Google Plus macht dicht. Gibt es nicht mehr, weil es keiner mehr genutzt hat. Haben sie jetzt entschieden, nee, warum benutzen sie nicht mehr. Oder was hat der Grund? So ähnlich, Details, wie gesagt, da im Quickie. Einfach reinhören. Wenn ihr uns als Podcast abonniert, bekommt ihr diese Infos ja sowieso, sobald das Ganze publiziert worden ist. Eben bei iTunes, Podcast.de und jetzt auch bei Spotify. Und onlinegeister.com. Lugischerweise. Darum mache ich hier meine Podcasts immer her. Auch Spotify. Ich verteufel die Seite zwar. Voice for Public haben wir ganz vergessen. Die guten, die waren ja auch schon bei uns im Interview in Folge 8, glaube ich. Voice for Public. Ja, die vergesse ich auch immer. Es war jetzt keine gute Werbung, sorry an der Stelle. Aber wir haben jetzt eine ziemliche Masse an Plattformen inzwischen. Aber ich habe deine Überleitung kaputt gemacht, sorry. Ja, Überleitung. Ich habe auch auf, 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 auf. Ich benutze ihn nachher nochmal. Was ich eigentlich sagen wollte ist, jetzt geht es mit dem eigentlichen Thema los. Schreibt euch ein Getränk eurer Wahl. Zum Beispiel Video Pokes in ihrem Lied Streams of Whisky. The Pokes mit Streams of Whisky. Und damit sind wir angekommen beim Onlinegeister. Thema der Sendung. Digitale Demenz. Den Begriff hat man vielleicht schon häufiger mal gehört. Oft so ein Schlagwort, das so reingeworfen wird. Warum denn die ganzen digitalen Sachen, Computer und so weiter schlecht sind. Aber was ist digitale Demenz eigentlich genau? Ganz konkret, woher kommt es eigentlich? Da habe ich mir mal bei marktforschung.de eine Studie rausgesucht. So als Einleitung, als thematische. Wie häufig nutzen sie die Erinnerungsfunktion von technischen Geräten, um zum Beispiel an Geburtstage, Termine und Erledigungen erinnert zu werden? Und immerhin fast 30 Prozent sagen niemals. Aber 8,5 Prozent, 12,4 Prozent, also täglich mindestens 20 Prozent nutzen es halt. Also mehrmals täglich, einmal am Tag. Also 8,5 mehrmals täglich, 12,4 Prozent einmal am Tag. Also 20,9 Prozent nutzen es täglich. Genau, mindestens einmal täglich. Also auch jeder Fünfte kann sich gar nicht mehr Dinge merken oder will, das ist jetzt auch wieder Frage, ob können oder wollen. Ja, wahrscheinlich eher wollen, weil es schon bekämen geworden ist. Ich halte ja Ewigkeiten nicht im Planer. Ich habe jetzt, wo sich verschiedenste Termine häufen, mal angefangen in meinem E-Mail-Programm den Kalender auszufüllen mit Terminen, die ich habe. Aber wenn ich es einmal eingetragen habe, merke ich die mir meistens auch, muss mich da nicht dran, muss mich da nicht erinnern lassen. Ich gebe wiederum zu, ich wäre ohne meinen Planer komplett aufgeschmissen, weil ich einfach eine Masse an Terminen hatte. Also leider heute Banktermin, danach dann kurz zum Finanzamt, dann jetzt hier, heute morgen der Kurs, nachher habe ich dann noch ein Essensgespräch und ich bin froh, wenn ich im Bett bin. Aber das sind so Sachen, da gesagt, ich selbst kann ich mir teilweise gar nicht mehr merken. Das ist aber auch einer dieser verschiedenen Gründe, also digitale Demenz, das wird auch harsch diskutiert. Generell, ja, also um auch kurz nochmal zusammenzufassen aus dieser Einleitung, es bedeutet, dass man sich aufgrund der Unterstützung, die einen digitale Medien bieten, der Smartphone in der Hosentasche Sachen vergisst, weil muss man sich ja eh nicht merken, weil Smartphone klingelt ja, wenn ich auf dem muss, wenn ich irgendeinen Termin habe. Genau, also konkret, das ist jetzt meine Definition, digitale Demenz ist die Verminderung der Gedächtnisleistung durch medialen Konsum, weil vor allem Internetinhalte, dass man eben aufgrund des Internets weniger Dinge merken kann. Den Begriff selbst haben vor allem Manfred Spitzer geprägt, aber auch Markus Appel und Konstanze Schreiner, das sind jeweils Forscher, Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum. Ich hätte vor allem den Namen nach oben müssen. Manfred Spitzer ist doch der, der auch in meinen Sendungen gesessen hat und gegen alles Digitale gewettert hat, was irgendwo da war, oder? Ja, das ist nämlich auch das Problem, das ist so ein Anti-Alles irgendwo dieser Herr und dieser Manfred Spitzer hat eben auch den Begriff Digitale Demenz 2012 in dem gleichnamigen Buch geprägt und hat eben auch gesagt, dass mehr oder weniger Digitale Demenz, das ist die Ursache allen Böses in der Welt, so ein bisschen. Ich habe ihn mitbekommen, als er seine Runde gemacht hat in Talkshows in verschiedenen Zeitungen, um gegen Videospiele zu wettern, dass da auch bei Videospielen, wo keine Gewalt drin, dann sieht er kein gutes Haar dran, das braucht kein Schwein. Er sagt zum Beispiel auch, dass soziale Netzwerke das Sozialverhalten beeinträchtigen würden und Depressionen fördern. Ich sage nicht, dass es unbedingt falsch sein muss, was er sagt. Also gerade Sozialnetzwerke, Stichwort Instagram-Nutzung, das kann ja durchaus ein depressives Verhalten fördern bei manchen Leuten, weil einfach dieser Körperkult an vielen Stellen ist. Also meine Doktormutter zum Beispiel, Frau Katrin Döveling, kurz knapp, bevor wir jetzt mit den Titel anfangen, die forschen unter anderem auch zu diesem Ganzen. Also Trauerbewältigung, aber auch Schönheitsbilder unter anderem bei Instagram. Da sage ich schon, das findet sich, das ist durchaus ein Problem, aber es setzt die Frage, ob das ein großes Problem ist, so wie er das jetzt unbedingt aufmacht. Genauso hat eben auch mit digitaler Demenz. Ja, ich denke, das würde ähnlich sein, um kurz zu dem zu sagen, wenn schon Anlagen da sind, kann es durch verschiedene Sachen gefördert werden, die im Internet auftauchen. So ähnlich wie, wenn du, weiß nicht, verhaltens auffällig bist, wenn du Anlagen, gewalttätige Anlagen in dir drin hast, kann das gefördert werden durch so ganze Killerspiele, in Anführungszeichen. Aber niemand, der gesund ist, wird es plötzlich depressiv, nur weil er Facebook benutzt. Also irgendwo müssen Tendenzen natürlich schon mal vorhanden sein. Da sage ich, schließe mich auf jeden Fall deine Meinung an, Tristan, am Ende, wir werden nicht plötzlich zu etwas, wir haben immer irgendeine Prägung in uns, jeder hat seinen Fetisch für irgendwas und entweder folgt man dieser Neigung oder nicht, aber halt eben Spitzer ist halt auch, das wurde unter anderem in der Spiegelkolumne, genauer gesagt vom Spiegelkolumnistin Christian Stöcker auch schon schön umschrieben, Bestseller-Autor über Einsamkeit, die Methode Spitzer. Link dazu, das ist am 11. März 2018 erschienen, die Kolumne bei Spiegel Online, Link dazu, packen wir euch in die Shownotes mit rein und da wird halt unter anderem auch, werden diese Aussagen von Spitzer scharf kritisiert. Also insofern, ihr merkt schon, digitale Demenz ist ein Schlagwort, ich glaube, viele haben sicherlich schon mal davon gehört irgendwo. Auf jeden Fall, das Buch war ja ein Bestseller. Ja, insofern, der Mann hat nichts falsch gemacht im Sinne von Öffentlichkeitswirksamkeit, ist halt nun die Frage, wie wissenschaftlich ist es am Ende, also auch wie belegbar ist das, was er dann sagt, also Stöcke und dann kritisiert das halt auch teils sehr scharf. Ich glaube, keiner Studie, den du selbst zitiert hast. Keine Studie, den du selbst gefälscht hast. Der auch, ja. Okay. Aber alles nochmal nachgucken, weil ich habe Sachen gehört, dass er nur Sachen zitiert, die seine These unterstützen und nicht die gesamte Studie berücksichtigt. Das ist auch so ein allgemeines Problem bei zum Beispiel populistischen Aussagen, dass der auch meistens nur das genommen wird, was Thesen stützt, was Thesen übrigens auch stützt und was dann auch nur entsprechend argumentiert wird. Ob da was dranhängt, können wir ja nochmal jetzt uns angucken mit anderen Daten, die wir nochmal gefunden haben. Unter anderem die Erinnerung eines Goldfischs, wobei es in der Studie eher um die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches geht. Und das ist übrigens so eine Studie, die auch scharf kritisiert wurde. Also ich merke, wir machen jetzt gerade in der Folge eigentlich auch so ein bisschen Myth-Debunking, also klären über Falschaussagen ein bisschen mit auf, oder halt nicht über Falschaussagen, aber kontroversen Sachen. Adam Savage und Jamie Heinemann. Ja, wir sind die Myth-Geister. Die Geist-Busters. Die gab es schon, das war was anderes. Who are you gonna call? Ja. Also, zweites Thema war halt eben auch, haben wir die Erinnerung eines Goldfisches. Da gab es eine Microsoft-Studie in Kanada von 2015, die halt eben verschiedene Angaben macht. Und ähnlich halt wie digitale Demenz, wo die dann halt eben auch stark diskutiert, auch stark kritisiert, geht aber halt eben auch in so eine Richtung von, macht uns das Internet gedanklich kaputt? Sprich, können wir uns halt schlechter erinnern durch das Internet? Erinnern und Aufmerksamkeitsspanne sind eigentlich sehr verschiedene Sachen. Also, ich erwähne mal kurz die Studie, die wir hier vorliegen haben. Laut Studie hatte der durchschnittliche Mensch im Jahr 2000 eine Aufmerksamkeitsspanne von zwölf Sekunden. Und im Jahr 2013 waren es nur noch acht Sekunden. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne des typischen Goldfisches beträgt neun Sekunden. Was ist jetzt da genau mit Aufmerksamkeitsspanne gemeint? Also, wenn ich einen Film gucke, sobald ich einmal kurz weg gucke, ist dann meine Aufmerksamkeit weg. Also, ich kann sehe sehr viele Menschen, die im Kino sitzen und sich zwei Stunden lang einen Film angucken können. Ohne sich an was zu erinnern? An was zu erinnern. Wie wird das denn gemessen? Okay, plötzlich hast du eine andere Sache. Und warum habe ich keine Aufmerksamkeit mehr zu der Sache, die ich gerade beobachte, nur weil in Erinnerung im Gehirn ausgelöst wird? Das ist nämlich auch das Problem dieser gesamten Studie gewesen. Also, Microsoft selbst hat die Studie später zurückgezogen. Also, es gibt bis heute noch Links zu dieser Studie bei Microsoft, also eben auf Microsoft.com liegend, aber die findet sich dort nicht mehr. Also, Microsoft selbst hat diese Studie dann auch wieder, ja, entveröffentlicht, de-veröffentlicht, keine Ahnung. Zurückgezogen. Also, einfach aufgrund von Kritik, auch berechtigter Kritik, muss man dazu sagen, haben sie die einfach zurückgezogen. Denn du hast auch richtig aufmerksamkeitsspanne, Gedächtnisleistung sind zwei unterschiedliche Dinge. Und an verschiedenen Stellen war das, soweit ich das mir habe, sagen, das sind auch handwerklich nicht unbedingt so extrem sauber gewesen. Also, ähnlich wie wir das bei Spitze haben. Er hat ja auch wissenschaftliche Sachen geschrieben, aber halt eben auch populärwissenschaftliches veröffentlicht. Und gerade bei den populärwissenschaftlichen wird halt gerne eben so argumentiert, dass es mir natürlich nützt, dass das nicht, dass Microsoft das unbedingt gemacht hat, aber die haben halt ein paar Sachen zu, ich glaube, unschuldig angegangen, ohne das halt auch kritisch zu hinterfragen. Ja, und ich habe jetzt keinen Beleg dafür, aber habe öfter mal gehört, dass die Aufmerksamkeitsspanne oder was wir als Aufmerksamkeitsspanne wahrnehmen, schon seit Jahrzehnten permanent runtergeht. Wenn man sich mal gerade Werbung aus den 50er Jahren anguckt und Werbung von heute anguckt, das war über die Jahrzehnte hinweg, ständig wird alles hektischer, bunter, lauter, wo sich früher noch Zeit gelassen wurde, um das Produkt an den Mann zu bringen und sozusagen sanft zu präsentieren, dass es schön aussieht und ruhig, hast du heute einfach fliegen ein paar Sekunden irgendwelche Bilder durch die Gegend. Irgendjemand schreit dich an, kauft das, kauft das und dann ist schon wieder der nächste Spot. Splash, kauft das. Ja. Nächster Spot. Also ich glaube, das liegt nicht nur am Internet, wenn man es darauf zurückführen möchte, das ist genereller Trend der Medien allgemein, nicht nur digitale. Witzigerweise mache ich da aktuell auch eine kleine Rundreise mit verschiedenen Keynotes, da bin ich als Speaker für eine Krankenversicherung unterwegs und berichte halt auch so im Rahmen. Als Speaker? Ja, kannst auch Sprecher, Moderator, was weiß ich jetzt dazu sagen, offiziell ist es halt in deren Sprache gebraucht, der Speaker. Also ich bin jetzt als Dozent und als Speaker unterwegs, war auch schon Referent und was weiß ich nicht, macht sich immer sehr, sehr schön im Lebenslauf, aber ja, von kaufen kann man sich auch nichts. Nee, aber da bin ich jetzt halt auch unterwegs für eine namentlich jetzt nicht näher benannte Krankenversicherung und halt eben bei verschiedenen Unternehmen. Das sind dann die Businesskunden dort zum Thema Arbeitsgesundheit und das spielt ja nämlich auch Gedächtnisleistung durch eine große Rolle. Ich fand das jetzt ganz interessant, ich hatte so diesen ersten Durchlauf jetzt mit ein paar von den Businesskunden und da kamen halt sehr, sehr viele Rückfragen seitens der Mitarbeiter beim Thema Arbeitsgesundheit, zum einen halt die Sorge um die eigenen Kinder oder auch Enkel teilweise und dann eben auch, was zum Beispiel sowas wie Gedächtnisleistungen und alles angeht, also auch dieses immer hektische, werde ich mit irgendwas zugeknallt. Da ist jetzt meine Interpretation, das ist jetzt nicht durch Daten geschützt, das ist jetzt meine Meinung. Wir können uns Dinge genauso gut merken wie früher, wir müssen es nun nicht mehr und wie arbeitet unser Gehirn natürlich möglichst energiekonservierend. Das heißt, wenn das Gehirn weniger Leistung braucht, um sich etwas merken zu können, also im Sinne von wo kann ich es finden und nicht unbedingt, was ist es, Stichwort sowas wie ich finde alles bei der Wikipedia, was ich da brauche, dann wird das Gehirn nämlich auch genau das machen. Es wird sich nur noch das merken, was unbedingt notwendig ist für das an der Stelle Überleben. Denn wenn ich weiß, wo ich es finden kann, dann ist es ja genauso gut, wie wenn ich es direkt weiß. Das kann sein, das muss nicht sein. Wie sagt es jetzt meine Meinung? Direkt wissen wir aber auch effizienter, da musst du nicht erst nachschlagen. Wenn es aber keinen Unterschied macht, dann musst du ja auch nicht mehr zwangsweise alles merken. Nicht umsonst hatten wir in der Schule immer ein Tafelwerk dabei gehabt, wir haben uns auch niemals alle Formeln gemerkt. Ich habe mal, weil ich nicht überhaupt kein bisschen gelernt habe und im Unterricht kaum aufgepasst habe, nur mit einem Tafelwerk in Mathearbeit geschrieben und es bestanden. Okay, das ist die Aufgabe, welche Formeln passt dazu, passt. Da muss ich mir zu helfen wissen. Wo sind entsprechende Elemente mit drin? Okay, läuft, Buchstaben sind deckungsgleich. Ich bin aber halt der Meinung, dass Erinnerungsleistung zum einen halt auf der Stelle basiert, also einfach wie effizient arbeitet da unser Gehirn, genauso aber auch, wir haben eine Sache auf jeden Fall weniger und das ist halt Zeit. Wir haben immer mehr Informationen, die wir in derselben Zeitspanne verarbeiten müssen. Wir haben am Tag eine gewisse Anzahl an Stunden. Sagen wir mal, acht Stunden arbeitest du, acht Stunden schläfst du. Die restlichen acht Stunden sind halt für wache Nicht-Arbeitstätigkeiten und davon verbringst du halt eine gewisse Zeit mit, ich sage mal, Überlebensmethoden oder Überlebens-Tätigkeiten, also Essen, Stuhlgang, Reinigung, was weiß ich. Also Dinge, die dich einfach am Leben erhalten und dann gibt es noch, ich sage mal, diesen privaten Bereich. Also eine gewisse Zeit an Stunden am Tag, wo, das hat mal jemand schon umschrieben, die Magie passiert. Also du dein Kind Fahrradfahren beibringst, deine Liebe findest und so weiter. Und diese Zeit wird halt immer mehr auch von Bildschirmen eingenommen. Das heißt, wir haben heute eigentlich weniger Zeit für solche privaten Tätigkeiten, verbringen immer mehr Zeit vor Bildschirmen. Das nagt je nach Statistik auch schon teilweise an dem Schlaf, also wir haben schon teilweise ein Schlafdefizit, weil wir halt immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen, um uns zum Beispiel mit neuen Dingen zu bläsen. Das ist jetzt auch, wie gesagt, aktuell Meinung, das ist jetzt weniger datengestützt, aber ich habe das auch im Austausch mit verschiedensten Leuten bestätigt bekommen, dass da ähnliche Meinungen sind. Also was wissenschaftlich gestützt ist, ist auf jeden Fall, wir haben tendenziell weniger Zeit, um uns Informationen einverleiben zu können. Denken wir nur mal an die Zeit von vor 50, von vor 100 Jahren zurück. Was wurde da vielleicht berichtet? Wir sind jetzt hier in Halle an der Saale, da gab es vielleicht keinen Mord in Leipzig, irgendwas ist in Magdeburg passiert und dann vielleicht nur irgendwie in Dresden, Erfurt oder so was oder in Hannover drüben. Das war so Maximum. Heute, was erfahren wir da? Eine Fußballmannschaft ist in Thailand in einer Höhle eingesperrt. Beispielsweise. Also etwas, was am anderen Ende der Welt passiert. Das hat aber auch schon früher angefangen, als man denkt, als 1880, weiß ich nicht, weil es mir gerade schon eingefallen ist, als der Krakatau ausgebrochen ist. Ich glaube 1881 war das gewesen. 1880, Vulkan auf einer kleinen Insel bei Indonesien, der Insel Java, glaube ich, den zweitlautesten Knall der Menschheitsgeschichte. Man hat den Stunden später noch in Indien gehört, von Indonesien. Die Schockwelle ging fünfmal um die Erde, bis sie nicht mehr messbar war. Und diese 1883 war es. Der Krakatoa. Krakatoa oder Krakatau, wie er auch oft in der Odeutsch genannt wird. Und das hat halt innerhalb weniger Tage, das sind Schlagzeilen rund um die Welt gemacht, durch Telegram, hauptsächlich durch Telegram. Also wir meinen das klassische Gemorst, nicht den Messen. Ja genau, das Telegram. Also durch Morsen, Telegram und Propaganda und Zeitungen. Und das wird heute von Forschung auf dem Gebiet als eine der ersten, vielleicht sogar die erste Anzeichen für das globale Dorf gesehen. Also die Globalisierung. Wir erfahren Nachrichten vom anderen Ende der Welt. Indonesien, weiter weg geht es eigentlich von Europa aus nicht. Und dieser Informationsstrom, dieser weltweiten Informationsstrom, da nimmt halt einfach nur zu. Wir erfahren ja teilweise sonst was für Dinge. Wenn in den USA jemand umgebracht wird, das macht dann genauso, kann genauso in Deutschland Schlagzeilen machen. Andere Dinge halt nicht. Und das stützt natürlich auch das FOMO durchaus. Sagt dir das was? Das FOMO? Fear of missing out. Ah, das kenne ich auf jeden Fall. Vor allem seit ich anfange Wrestling zu gucken. Das war so viel. Und dieses FOMO-Syndrom, dieses FOMO-Syndrom, das gibt es halt wirklich. Also vielleicht kann das der eine oder andere Familientreffen, Oma am Tisch und muss überall mitreden. Ich hatte zumindest so eine Oma. Meine Oma ist Buschfunk. Ja, die hat alles, die hat überall mitquatschen müssen, hat keinem Gespräch wirklich folgen können dadurch auch. Und das war halt auch so ein klassisches FOMO-Ding und das hat sich heute halt einfach nur potenziert. Weil wir halt immer die Angst haben, irgendwas zu verpassen. Deswegen konsumieren wir immer mehr Instagram, Facebook und so weiter. Wir haben eine Netflix-Watchlist, die wir in unserem Leben nicht abarbeiten können, aber wir wollen nicht alle diese Filme und Serien mal gesehen haben. Die sollen doch gut sein. Oder wir Bücherleser haben dann unsere Subs, Stapel ungelesener Bücher. Ja. Oder der Pile of Shame in deiner Steam-Bibliothek oder neben der Playstation. Spiele, die du irgendwann mal im Angebot gekauft hast, aber die du niemals spielen kannst, weil du hast noch hier 100 Stunden bei Witcher 3 zu machen. Dieses Überangebot an Informationen, an Auswahl, das kann natürlich auch wirklich negative Konsequenzen haben. Gerade halt eben für die Psychohygiene, für die psychische Gesundheit. Das geht jetzt zwar schon wieder ein bisschen in andere Richtung, weniger Richtung digitaler Demenz, aber halt eben Gedächtnisleistung. Wenn du halt immer überall irgendwie nur zur Hilfe was mitbekommst, das macht dich mürbe, auf jeden Fall. Und es ist auch schwieriger zu merken, wenn du irgendwas nur so halb mitbekommst, wenn du auch mal kurz erwähnt wurdest und sich näher damit zu beschäftigen. Ach, ich glaube, ich brauche einfach eine Pause. Ja. It ain't over till it's over. Die Sendung ist nicht zu Ende. Lenny Kravitz übernimmt mal kurz für uns, denn it ain't over till it's over. It ain't over till it's over von Lenny Kravitz mit einer wunderschönen Baseline, die mein Basslehrer mir gerade nahe gebracht hat. Deswegen ist das Lied auch drin. Gruß an Olli, falls er mal zuhört. Time well spent, darüber wollten wir noch reden in unserem Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Der Sendung. Ja, Time well spent, wo kommt der Begriff her? Wie hat sich der etabliert? Also der Time well spent Begriff selbst bezieht sich eigentlich auf, also er wurde populär durch Facebook und andere soziale Netzwerke, die halt seit Anfang 2018 eben mit Time well spent so eine Art Kampagne fahren, um halt dort ja einfach ein besseres Nutzerlebnis bieten zu wollen. Also das Ganze geht nicht unbedingt auf Mark Zuckerberg zurück, aber der hatte halt Anfang 2018 einen Beitrag bei sich im Facebook-Profil, das ja quasi so eine Art Newsroom schon fast ist für Facebook, einen längeren Beitrag reingestellt. Wo er dann auch gemeint hatte, dass, Tristan? Continuing our focus for 2018 to make sure the time we all spend on Facebook is time well spent. Genau, und dass er sich halt... Ach, sie fokussieren uns... Ja, vielleicht für die, die nicht Englisch können, Entschuldigung. Und es halt darum geht, dass man eben sich ein bisschen mehr fokussieren möchte halt auf dieses Time well spent. Zeit gut genutzt. Genau, dass bei Facebook nicht nur umgebrowsed wird, nicht nur Zeit totgeschlagen wird, sondern... Carpe diem, nutzt er den Tag. Und wenn ich bei Facebook bin, dass ich halt einfach diese Zeit dort auch effektiv, effizient nutzen kann und nicht ständig mit irgendwas abgelenkt werde. Denn er sieht es halt eben auch als seine, ja, Bürde, seine Herausforderungen an, also genauer gesagt die... I'm feeling a responsibility to make sure our services aren't just fun to use, but also good for people's well-being. Er hat eine Verantwortung, sicherzustellen, dass die Dienste nicht nur Spaß machen, sondern auch gut sind für das Wohlbefinden der Leute. Ganz ehrlich, das ist so, als würde mein Drogendealer sich um meine Gesundheit Gedanken machen. Ja, wenn du tot bist, kaufst du keine Drogen mehr. Ja, ich sag da auch immer, das ist das Casino-Prinzip. Ein Spielcasino möchte natürlich auch gesunde, in Anführungsstrichen gesunde, Spieler haben. Denn wenn die halt zu suchtig veranlagt sind, dann bringt das genauso wenig, weil die dann halt immer exzessiver etwas machen und halt nicht wiederkommen. Die kommen vielleicht eine Weile und dann sind sie weg, dann sind sie im schlimmsten Fall tot. Genauso halt eben auch bei Facebook, wenn es halt immer krasser wird, das hatten wir jetzt ja auch vor der Pause, nach vor der Pause kurz besprochen. Dieses immer mehr, immer viel mehr Zeug prasselt auf mich ein. Und da ist auch gerade dieser Newsfeed bei Facebook so ein wirkliches Suchtmittel. Du kannst ja immer weiter scrollen, immer neue Informationen bekommen, die halt deine Neugier befriedigt. Neugier war wirklich auch erst ein negativ besetzter Begriff gewesen, als das so 16. Jahrhundert rum langsam aufkam. Ja, ich muss mal gucken, wo das englische Wort Curiosity herkommt, weil da ist ja weder Neu noch Gier mit drin. Das ist ja kein New Greed. Ich meine, es ist ein Kompositum, das zeigt ja schon an, dass es halt deutsch gebildet wurde an der Stelle. Aber halt einfach diese Aussage von Mark Zuckerberg, denn er hofft ja auch auf jeden Fall. He hopes to make time on Facebook time well spent, where we are strengthening our relationships, engaging in active conversations, rather than passive consumption, and when we read news, making sure it's from high quality and trusted sources. Dafür ist Facebook bekannt für vertrauenswürdige Quellen. Ja, aber ich finde es schon sehr, 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 sehr bezeichnend an der Stelle, dass Mark Zuckerberg in die Richtung geht. Ursprünglich basiert dieses Time Well Spent auf der Kampagne eines Ex-Google-Mitarbeiters, Tristan Harris. Nicht mal ein Kollege von dir. Der hatte halt diese Time Well Spent Kampagne, die sich inzwischen Humane Tech, also ganz wichtig nicht Human Tech, Humane Tech, Unterschied, unser Anglistik-Student bitte. Humanistische Technologie. Also wirklich nicht nur von Menschen, sondern auch für Menschen. Da kommt wirklich noch dieser ethische Ansatz gleich mit rüber. Also, ja, aktueller Name, aber ursprünglich halt eben auch Time Well Spent. Der Mr. Harris hatte dann auch direkt reagiert, als Mark Zuckerberg das Anfang 2018 verkündet hatte, dass er halt eben dieses Time Well Spent da machen möchte. So, ja, ich kann gerne helfen, ich habe da schon mal was gemacht mit Time Well Spent. Ich habe da was vorbereitet. Also, das ist halt aktuell, also die Organisation gab es bereits aktuell im Humane Tech, ehemals Time Well Spent. Und durch Mark Zuckerberg wurde es halt Anfang 2018 noch ein bisschen populärer. Das war noch alles vor den Datenschutz-Skandalen. Also Zuckerbergs Post, ich habe, ich muss gerade mal schauen, wo ich den verlinkt habe. Aber ich meine, das geht auf den Januar zurück bei ihm. So, wie wir alles auch in den Januar, also, und diese ganzen Datenschutz-Skandalen waren halt erst so ab Februar langsam beginnend. Insofern, das geht dem Ganzen noch voraus. Also, selbst damals war sich Mark Zuckerberg, ja, damals war sich aber Mark Zuckerberg bereits gewusst gewesen, wie auch schädlich soziale Medien sein können. Also, achten auf euer Verhalten, auch bei anderen Sachen, nicht nur Facebook, Netflix und Co., die haben sich auch sowas eingebaut, um zu zeigen, dass sie sich Sorgen machen, um einen, wenn man zu lange bei Facebook irgendwas guckt, da kommt immer noch neue Folge, startet in fünf Sekunden, wenn eine Folge zu Ende ist, dann halt immer neue Folgen, neue Filme hinterher geschoben werden. Und wenn man eine ganze Weile lang nicht die Maus bewegt und weiter Filme guckt, dann fragt Netflix mal ab und zu nach, seid ihr eigentlich noch da? Geht's dir gut? Guckt ihr immer noch The Office? Seit sechs Stunden? Ja? Okay, gut, dann hier ist die nächste Folge. Ich find's aber auch wirklich bedenklich an der Stelle. Also, auf der einen Seite, ich find dieses Time Will Spend und auch solche Nachfragen, das ist eine gute Sache. Per se ist das eine gute Sache. Ich weiß aber nicht, ob jetzt die Unternehmen, die halt eigentlich Geld damit verdienen, dass ich jetzt bei Netflix zum Beispiel Ewigkeiten bin und schaue, damit verdienen die ja eigentlich ihr Geld. Genau so auch wie Facebook sein Geld damit verdienen, dass ich möglichst lange bei Facebook gewinne, damit mir Facebook eben möglichst viel Anzeigen anzeigen kann. Facebook, ja. Netflix, kannst du ja eigentlich, solange du noch dein Netflix-Konto hast, kriegen die ja gleich viel Geld. Ob du jetzt einmal pro Woche einen Film guckst oder ob du jeden Tag sechs Stunden lang Serien suchtest, bingest, kann Netflix ja erstmal egal sein, solange du dran bleibst, solange du Netflix als Service behältst. Jein. Also, jeder möchte natürlich einen möglichst aktiven Kunden. Also, wenn ich nur selten bei Netflix bin, dann kann ich dich auch genauso gut wieder abmelden. Aber wenn ich halt täglich dort bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer. Ich find's aber, wie gesagt, wirklich irgendwo bedenklich, dass halt diese Dienste, die ja eigentlich ihr Geld mitverdienen, dass ich möglichst lange da bin, sich inzwischen schon Sorgen machen. Also, das sagt mir ja eigentlich, wie schlimm ist die Situation eigentlich, wenn die sich schon Gedanken um mein Wohlergehen machen. Ich hab diese Anzeige noch nicht gesehen, wobei ich auch immer zwischen den Folgen kurz raustappe, um Twitter zu checken und dann wieder zur Folge gehe. Also, insofern dazu auch. Und weißt du, was mich stört? Dass ab und zu Netflix automatisch das Intro überspringt. Von jeder Folge möchte ich das Intro gucken und ab und zu sagen die, ey, du guckst gerade drei Folgen am Stück, da schneiden wir das Intro mal ab, weil es gibt ja eh kein Cold Opening. Ich will aber das Intro von Jessica Jones sehen. Jessica Jones hat ein geniales Intro. Da will ich jede Folge das Intro sehen. Da kann ich sagen, ich hatte mal so einen Test ja bei Amazon gehabt, die haben ja auch so einen Videodienst. Da war das nicht gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Da war immer das Intro gewesen und da wir damals Digimon gerewatcht hatten, diese Kinderserie, die haben einfach die geilsten Intros. Da möchtest du eigentlich auch jede Folge dieses Intro erleben. Die meisten catchen ja die Leute durch die Intros. Du machst halt an, was läuft gerade. Das Intro ist geil. Guck die Folge, auch wenn die eigentliche Folge doof ist. Aber das Intro war geil. Aber bevor wir uns jetzt hier zu sehr verlieren bei den Themen, dieses Time We're Spent, also ich finde es an sich eine gute Sache. Ich finde es eher bedenklich, dass halt die Unternehmen selbst da schon sagen, wir machen uns Sorgen um dich. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll an der Stelle. Dazu aber halt eben auch dieses Time We're Spent ist ja auch nur eine Reaktion auf einfach diese mentale Überforderung, wodurch ja auch angeblich digitale Demenz entsteht. Und ich denke, damit haben wir heute wahrscheinlich auch gut diskutieren können. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nur weil es dieses Schlagwort gibt, heißt es nicht, dass es ein Ding ist. Ja, auf jeden Fall kann sich jeder mal Gedanken drüber machen, wie er Social Media nutzt, ob er die Erinnerung zum Brötchenkaufen wirklich braucht. Und ich komme wieder zum Anfang zurück. Da habe ich was über Spotify erzählt. Ich scrolle ab und zu gerne mal durch meine Empfehlungen, den Mix der Woche. Und gestern wurde mir eine Band reingespült, die ich mir sofort verliebt habe. Sie nennt sich Thank You Scientist und von denen hört ihr jetzt A Salesman's Guide to Non-Existence. A Salesman's Guide to Non-Existence habt ihr gerade gehört von der Band Thank You Scientist, von ihrem Debütalbum Map to Non-Existent Places. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt und das bedeutet... Online-Geister. Feedback. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann meldet euch auf allen bekannten Kanälen. Kommt persönlich bei Radio Korax vorbei und sagt der Redaktion, wie es euch die letzte Folge gefallen hat. Ansonsten Online-Geister.com-Folge 029, Folge 29 war das gerade. Da gibt es auch alle Show Notes, alle Quellen zur Sendung. Jeden Monat produzieren wir ja unsere reguläre, halbstündige Folge als Impulsgeber. Und dazwischen dann immer wieder die kürzeren Quickies als Nerd-Special, Podcast-Exclusive. Ich komme jetzt auch Gott sei Dank endlich mal dazu, ein paar Sachen mit aufzunehmen und halbwegs aktuell mal über diese Szenen berichten zu können. Insofern Arbeitsorganisation, yay. Ich habe ab jetzt langsam wieder drauf. Also ihr könnt jetzt mit mehr Content rechnen, liebe Freunde. Wunderbar. Dann machst du das für heute? Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir es kurz, knapp ab. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Christian hat mich gefreut. Mich hat es auch gefreut. Nächstes Mal hören wir uns wieder. Und dann geht es um Discord. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. untertitelung SWFi W 생wit W domofilie W Kinder all domofilie W domofilie Worldغ W door Kor